Hier sind wir auf dem Campingplatz TCS, der grösste Campingplatz der Schweiz. Aber leider muss ich in vier Jahren schliessen. Es hat eine wunderschöne Aussicht hier auf einem Neuenburger See. Es hat über 1000 Wohnwagen. Aber heute ist es gerade etwas verregnet. Wir hoffen, das Wetter wird besser. Ich bin hier gerade auf dem Seestag. Und man sieht es auch. Hinter mir zu ist der Campingplatz hier. Und 2024 muss leider wegen der Naturschützler entschlossen werden. Weil die wollen ihr Naturschutzgebiet zurückhaben. Und wollen leider keine Wohnwagen mehr im Naturschutzgebiet haben. Was ich eigentlich sehr schade finde. Weil die Campierenden machen auch mit der Natur.